Hallo ihr Lieben, Pega hier, willkommen zurück zu Nevertales, die innere Schönheit. Ähm, wir fangen sofort an. Wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Achja, wir haben das Portal aufgemacht und wir wollten da jetzt durch, ne? So. Gott, sonst noch was? Dann hinein. Endlich zu Hause. Ich kann dir nicht genug danken. Ja, bitteschön. Ich repariere die Mondkanone, falls du mich brauchst. Jo, weiß ich noch nicht. Sehen wir gleich, ne? So, was haben wir denn jetzt hier? Reise zum Mond. Jo, ich fliege jetzt zum Mond. Die Kiste ist ganz anders als die letzte. Was? Die Kiste? Welche Kiste? Ich denke mal, das Portal ist ganz anders als das letzte. Da komme ich zurück. Da kann ich nichts machen. Was haben wir denn da? Ein Jojo. Hebeln wir mal den Hebel und passiert nichts. Die Raumkanone scheint nicht angeschlossen zu sein. Ich muss sie aktivieren, bevor ich die Tür öffnen kann. Okay. Ah, da geht's rein. Was haben wir denn hier? Fahrstuhl. Rakete. Ein Feuerwerkskracher. Was haben wir hier? Ich brauche einen Ausweis, um den Aufzug zu aktivieren. Ja, gut. Erst nochmal hier gucken. Ah, da ist die Rose. Haben wir sie alle? Kontrollraum? Achso, da vorne. Ist das hier der Kontrollraum? Mal eben nochmal reingehen. Nicht, dass wir die Rose übersehen. Das wäre ärgerlich. Weil wir sie bis jetzt alle haben. Aber, ich denke mal, wir kommen erst in den Kontrollraum, ne? Äh, ja. Ach, guck mal hier. Womit könnte ich die Ziele treffen? Mit der Rakete? Ach, bestimmt mit den Krachern hier. Äh. Da haben wir ein Fenster. Da ist noch ein Kracher. Die Form eines Astronauten, das war ja klar. Oh. So, mehr können wir hier jetzt nicht machen. Gut. Was haben wir noch? Oh. Was haben wir hier denn noch? Oh, da können der ja hinfliegen lassen. Ah, da ist ein Dings. Oh, danke schön. Ach, wie hieß er denn jetzt? Eine Messnadel. Äh, ne, hier einsetzen, aber nicht. Ach, da war der letzte Raketen-Dingenskirchen. Knallfrosch. Hihi. Bam. Bam. Na. Na. So. Ein Wimmelbild. Gott, wimmeln wir mal sofort. Vielleicht kriegen wir ja was. Da. Da. Das. Nein, das ist eine Sonne. Gut, dann gucken wir jetzt hier die Taschenuhr. Modellrakete. Finden wir bestimmt gleich noch. Eine Patrona. Patrona, 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 Patrona. Was haben wir denn hier? Ich hatte doch da einen Hammer. Oder? Was ist das? Weiß ich noch nicht. Ein Fernglas. Fernglas, Fernglas. 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 Das ist doch ein Fernglas. Oder meinen die die zwei? Feldstecher. Ja. Propanglas. Eine Mutter. Naja, toll. Eine leuchtende Kugel. Mhm. Die Glaskugel steckt eine leuchtende Kugel fest. Dann ist das doch ein Hammer. So. Ein... Ach, da ist das letzte. Schön. Eine Mutter. Ein Stern, Sonne und Bumerang. Sonne habe ich gesehen. Da sind die Muttern. Ein Stern. Ne. Kann man nicht wegschieben. Ach, ein Roboter. Den hatten wir noch nicht. Wockenzieher. Star. Spielzeugkanone habe ich doch auch gesehen. Fertig. Ein Bumerang. Ah, da ist der Stern. Einen Bumerang suchen wir jetzt. Bumerang. Ähm. Ähm. Bumerang. Patrone. Und Mondrakete. Ach, guck da. So, da ist die Rakete. Eine Patrone. Und der Bumerang. Patrone. Ne, das ist ein Mond, ne? Ähm. Okay. Nein. Patrone und Bumerang. Patrone. Da ist der Bumerang. Jetzt brauchen wir noch die Patrone. Das da rein. Es fehlt jetzt nur noch die Patrone, ne? Ah, die sehe ich nicht. Patrone. Irgendwo drauf? Hm. Patrone, Patrone, Patrönchen. Er fängt ja schon gut an, die Aufnahme. So, Patrone. Och Mann, zeig mal die Patrone. Gott, die hab ich überhaupt nicht gesehen. Mist. So. Was ist das? Hausmeister. Lochkarte. Okay. Jetzt kommen wir wenigstens den Aufzug auf. Wunderbar. Dann gehen wir mal da rein. Wunderbar. So. Und rauf. Und wir in den Kontrollraum. Okay. Und hier muss eine Rose sein. Da ist er auch schon. Sehr schön. Icarus. Ja, ne? Ich muss für beide Tafeln gleichzeitig gedrücken. Ich brauche Hilfe. Ja, gut. Äh. Jetzt gucken wir mal. Was ist das? Was ist das? Eine Brücke? Okay. Dieses Gerät scheint nur Farbe-Glasscheiben anzunehmen. Äh. Glasscheibe. Oh. Ne. Müssen wir jetzt da unten in den... Was haben wir hier? Messuhr fehlt. Ne, das funktioniert so nicht. Dann Pendel. Okay. Suchen wir mal weiter. Das mal... Ach. Boah. Sternchen. Äh. Da ist noch ein Stern. Zwei Stück noch. Noch einer. Oh Gott, das siehst du jetzt aber hier schlecht. Ah, da oben. So, jetzt haben wir Sterne. Nehmen wir einen Stern. Ich glaube, du brauchst ein bisschen Hilfe mit den Druckplatten, oder? Kein Problem. Du brauchst bestimmt Hilfe mit den Druckplatten. Na klar. So. Jetzt gehen wir bei MS hier dran. Muss ich die hier irgendwie? Ne, nur nicht. Jetzt sind wir jetzt auch rauf. Aber warte mal, ich wollte nochmal eben gucken. Nicht, dass wir eins... Gott. Äh, und ich gehe hier drauf. Ah, da geht eine Truppe runter. Gut, dann mach du die Änderung und bereite die Kanone vor und ich gucke weiter. Ich gehe jetzt in den Mond... ...das Mondkonzil. Stimmt doch. Ne, jetzt reicht er mir nicht an. Okay. So. Gehen wir mal da runter, ne? Da ist aber eine Rose. So, dann gucken wir mal. Äh. Ja. Okay. So. Was haben wir hier? Das Ding nehmen wir mit. Irgendetwas hat die Modelle des Mondes und der Erde verbunden. Ja, die Brücke da, ne? So. Und du? Diese Fall zeigt die Flugbahn zum Mond an, aber ich weiß nicht, was dorthin fliegen soll. Die Rakete? Okay. Äh. Das ist nicht gut. 3, 8, 5. Ja, das merkt sie sich jetzt hier. Gut. 3, 8, 5. Okay, Moment. Scheint hier. Irgendetwas kommt aber hier noch. Na gut. Achso, das war jetzt. Jetzt haben wir das Ganze runtergeschossen. Okay, nehmen wir das Tuch mit. Äh. Okay, das brauchen wir für draußen. Gucken wir mal da. Ach du Heiliger. Äh. Okay, fehlt noch was. Eins der Panele. Eher, da ist es doch. So, jetzt haben wir ein Minispiel. Link hat er. Ja, gut. Eins ist die Muschel. Eins. Ähm. Ja. 2. Ist die... Da. Dann ist das Vibe. 2. 3 ist das Blatt. Blatt, 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 Blatt. D, 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 d. Der Blatt ist dann... der... 4 ist... dieser komische Pfeil. Das. 5 ist der Blitz. Blitz 6 ist diese 7 7 ist die Wolke und 8 ist der so was von doof ne gut noch mal noch mal noch mal der mit dem so dankeschön jetzt ist richtig so was doofes 2 war da 3 manchmal stehe ich echt auf den Schlauch so 4 hier wo war das Ding denn jetzt achso da 1 2 3 hier ist richtig nein hier 5 war der Blitz äh nochmal 1 2 2 jetzt bin ich aus dem Sakt 3 4 5 ist der Blitz 5 ist der Blitz 5 ist der Blitz ach du Schande kann ich das jetzt nur so tauschen 2 3 4 5 ist der Blitz na 2 3 4 5 ja 6 6 6 6 6 ist richtig 7 war die Wolke 7 war die Wolke so jetzt haben wir es äh und nun wirklich da ah und krieg jetzt das dritte Teil davon gut gut so dann erstmal das hier auf mit den Stern da rein na umdrehen das da drauf und wieder zumachen und eintüten wunderbar äh oh hier waren wir noch nicht ne Schlitz für die Lochkarte ok so man könnte hier irgendwas in die Löcher stecken wieder oh nein ok ok was haben wir jetzt hier auf runter äh Besen ach ich hab ein Spiel hier ok was müssen wir denn machen steck die Stifte in die richtige Aussparung um das abgebildete Muster zu zu bilden Loch dann die Karte ähm welches Muster denn ist der ok ach Gott nein noch einen weiter hopp der bleibt da und der macht da hopp richtig ja und fertig ja Gott kriegen wir einen Besen ok eben hier wegen den juhl jo passt sitzt hat Luft hier ist jetzt sonst erstmal nüft nüft dann können wir runter äh die Glasscheibe müssen wir machen ne hier da können wir den draufsetzen äh Eingabe 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 3 8 5 3 8 Enter Nein Hoffentlich habe ich jetzt nichts falsch gemacht Ich habe die Raumkanone aktiviert Alles startklar Äh, nö Wieso hat das Monster hinter eine Kluge auf der Moon Du meinst, das Monster hat einen Hinweis auf den Mond hinterlassen? Meine Kanone kann dich dort hinbringen Also wenn du bereit bist, lass mich wissen Wir brauchen eine Lochkarte Zutritt gewährt So Müssen wir jetzt erst auf den Mond Um das da zu machen Wahrscheinlich, so wie es aussieht Was sagt eigentlich unsere Karte? Erstmal einen weiter vor Und Karte Dann den Mond Na gut Gehen wir mal rein Brauchen wir hier auch eine Rose? Nö Aber da ist der Astronaut Sehr gut Ohne einen Raumanzug sollte ich hier nicht auf Nicht aufhalten Nur für die Fälle Ja gut Logisch Jetzt können wir aber hier ran Ja Klar So Blau Rot Gelb Pink Grün Blau Rot Gelb Blau Achso Blau Rot Blau Rot Gelb Pink Grün Blau Rot Gelb Pink Pink Grün So Jetzt haben wir das Gehen wir da rein Und gehen hier dran an den Icarus Und stopfen das mal da rein